Woran erkennt man Metalle? Die hier vorliegenden Metalle, Zink, Platin, Kupfer und Aluminium erkennt man ganz deutlich an ihrem metallischen Glanz und ihrer Farbe. Doch sind alle Metalle glänzend? Eisen und Magnesium sind ja bekanntermaßen auch Metalle, aber so richtig glänzen tun sie ja nicht. Vielleicht mal mit dem Schleifpapier die Oberfläche abschmirgeln. Okay, wenn der ganze Rost mal weg ist, dann kommt schöner metallischer Glanz zum Vorschein. Und wie schaut es beim Magnesium aus? Auch da hilft das Schleifen zum Entfernen der Oxidschicht und hervor kommt das glänzende Metall. Und welche weitere Eigenschaft haben Metalle? Okay. Okay. Wie gesehen sind die Metalle verformbar und brechen nicht auseinander. Das Gerät hier kennen wir ja. Mal sehen, was passiert. Und wie sieht super... Du bist hier. Und wie sieht man� aus? Alle Metalle zeigen elektrische Leitfähigkeit. Um die letzte gemeinsame Eigenschaft der Metalle zu zeigen, wird ein Streichholzkopf auf eine Eisenplatte gelegt und diese erwärmt. Metalle zeigen eine gute Wärmeleitfähigkeit. An den gezeigten vier Eigenschaften kannst du Metalle erkennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017